DUNKEYKONG COUNTRY 3 DUNKEYKONG COUNTRY TROUBLE mit DARIUS und mir WINDER ja jetzt geht's weiter mit dem Teil 3 der Spielreihe so also das spielen wir jetzt noch nicht ich hab keine Ahnung wie das geht wir haben das vorher noch nie gespielt zumindest zu viel ich weiß so schau mal copy, erase, stereo, englisch stellen wir mal um auf französisch nein auf deutsch stereo passt dann Spiel wählen, Spiel 1 natürlich so wir können hier jetzt ein Player, zwei Player Team und zwei Player Contest äh, miteinander oder gegeneinander? ne, egal ja, machen wir es so wie bei den anderen beiden auch miteinander oder? ja, machen wir miteinander, oder? ok, machen wir miteinander sonst kacken wir hier wieder ab Namen angebend für Spiele 1 machen wir mal WINDER wo ist es denn? W I N D E Oh, WINDER WINDER DARIU 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 kommt dabei bei dir raus Ah, da ist die alte Oma wieder WINKLE KONG heißt sie glaube ich Hallo Freunde, ich bin es Mrs. WINKLE KONG Diese vollersten Kremlins in der Schule sind mir total auf den Nerven gegangen jeden Tag diese Hektik wenn du deinen Spielstand abspeichern willst, Taxi, komm jederzeit vorbei mit meiner ultra coolen super duper Maschine werde ich deinen Spielfortschritt sichern WINDER WINDER und DARIU nichts, nichts ok Mach's gut, Taxi schau dich doch mal schau dich doch nach den mittenen Bananenvögeln um Bananenvögeln? hm anscheinend ist es jetzt so eine Open World kann sein ich kann hier zu Funky, Funky's Verleih Bazaar Screamladen gehen wir mal wieder schwimmen ich kann hier sogar schwimmen hier schwimmen wir mal woanders hin ja schau wir uns doch erstmal den Verleih an oder was es hier gibt Bootverleih wahrscheinlich schau wir mal, vielleicht können wir uns schon was leisten Motorboot oder gehen Hallo Dixie Baby, willkommen im coolsten Bootsverleih auf der... denn hier Tetretta ist ein abgefahrener Cousin Kirikong er sieht zwar ein wenig totölpatschig aus, aber seine Wurfkraft lässt sich nach den Sternen greifen und wenn du ihn wirfst, kann sein zierlicher Kapper so manches nette Loch in den Boden rauen so gehen oder Motorboot so gehen oder Motorboot ne mal Motorboot Motorboot Ago Limbo so anscheinend jetzt so unterlevel sind das jo, find ich cool also ich bin Dixie Kong ich bin sein Cousin da webt die Erde wenn ich aufkomme so die guten und die Bananen die Ratten sieht auch lustig aus hier ist das Kong hört sich lustig an da muss ich mich jetzt anscheinend hinwerfen jo, voll cool sammle 50... 50 Sterne oh oh oben links ist noch einer da jo eine Bonusmünze ist das jetzt keine Camming-Münze mehr naja mal schauen und da hat er halt da bleibst ja da sind ach hier ist dann wieder das Bonuslevel ich glaub den können wir nicht killen aber so ja cool ist die K ja ich bin schon ich hab da schon ein paar Ideen wie man da was tötet oh ich glaube es ist nicht gut wenn man da jetzt dann runter gehen würden oder? ne eine Silbermünze ich will da hoch da kommen wir anscheinend nicht hoch ne geht wahrscheinlich wirklich nicht oder komm ich so hoch ne du bist bestimmt einfach zu schwer wahrscheinlich könntest du mich vielleicht zu schwer helfen oh Wasser nein so jetzt kann ich mal den neuen zeigen was kann der alles sitzen 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 ich kanns rollen und rollen was kanns denn sonst noch alles ducken sitzen ne da kanns sonst nix ey warte wenn du da unten ins Wasser springst ich springe mal rein da siehst du da kannst du ins Bonuslevel ja geil ja geil zwei Leben schon mal jo ich hoffe diesmal ist es gespeichert weil wir haben ja die Batterie gewechselt genau wir haben jetzt die Batterie die Möglichkeit Batterien zu wechseln wie wir bereits am Ende vom Zweier gesagt haben und grüne Banalen cool und ähm wir hoffen dass es auch geklappt hat ja das sehen wir spätestens das ist das erste Spiel das bei dem wir das gemacht haben und was wolltest du sagen ja das sehen wir spätestens beim nächsten Aufnahmen aufmachen jo aber das Spiel läuft schon mal das ist was ist ein Elefant das kann der ich hab keine Ahnung der rennt auf jeden Fall nicht blöd rum nein ach jetzt rennt da blöd rum kannst du mich irgendwie angreifen was ist das für ein Kackfugel der hatte das G jetzt haben wir schon acht Level äh acht Leben Leben genau die Elefant ist weg zwei Münzen cool ah da gibt es jetzt nicht mehr das mit raufspringen ne schade Türenallüren es rennt sich sogar ja ich glaube ich warte lieber mal bis es wieder oben ist zum Schluss macht es noch Schaden boah du musst dich da dran hängen achso ah ja ja fetter Cosada hol mal die Münze du musst mehr trainieren ne da rechts hätte es dir lange gemüßt mhm ups da war eine Fallscher hast du das gesehen ja grüne Bienen das sind Sägebienen also man sieht viel Neues ja hier hoch oder ich glaube da geht es weiter ich lieber mal hier links nachschauen dann werde ich dich werfen müssen warte vielleicht klappt es ja auch so ja ja bonus level jawohl also so leicht wie die bis leider nicht mehr sammle 60 sterne bin bisschen gewachsen aber es ist immer noch das Danke Come Feeling jo wo ist jetzt die Münze da ist die Münze und die Musik ist gleich geblieben ja aber was ist eigentlich unser Ziel suchen wir jetzt ich habe keine Ahnung das ist bis jetzt noch nicht gesagt worden gell vielleicht hätten wir da ins linke reingehen müssen da konnten wir beim rechts funkies Verleih und da hätten wir vielleicht links hin müssen so ja aber wir müssen ja noch mal zurück zum speichern nein Mist genau wir könnten eigentlich jetzt jedes Level speichern nein ne ja jedes Level jetzt schauen wir erst wie schwer es ist kann man dann immer noch entscheiden sicher ist sicher oder würde ich jetzt meinen ich würde sagen je nach schwere des Levels ich würde sagen je nach schwere des Levels jetzt wieder so ein Level ist wo wirklich schwer ist krack und weil jedes mal zurück ist auch bloß naja nein ich wurde zersägt ja vielleicht links waren die Bananen da gibt es wahrscheinlich weiß was ist rechts na das wäre vielleicht ein Bonus Level gewesen tja vielleicht hm Türen Allüren weiter geht's Nein ich guck mal die Bananen hier ja da bin ich da bist du und Schuss nein nicht wie hier rein so ich warte jetzt bis hier an mir vorbei ist so ich warte jetzt bis hier an mir vorbei ist ja Bonus Level also den haben sie nicht gespart nein echt nicht oder wir finden sie einfach jetzt bloß öfter als bei den anderen Spielen komisch jetzt weiß ich gar nicht was wir machen müssen einfach nur die Münze suchen ja keine Ahnung na klasse irgendwas ne Münze von nem Rattenarsch ja was in du hast es da sogar hoch geschafft hätte ich jetzt nicht so direkt gedacht ja 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 das schaut so aus ob er auch wirklich so gut springen kann und so natürlich nice leben oh da wäre wahrscheinlich ein Bonus Level da wären Leben gewesen verdammt das lässt ja wirklich alles weg aber ich habe das zweite Level beendet aber alles weglassen ach das sind das ist ne Speicherhöhle das brauchen wir nicht brauchen wir nicht immer zurücklaufen hm jetzt sagt das sind Nintendo 64 oder? ja geil dann zum was? ja speichern einfach ja speichern so 4 Silbermünzen 4 Bonusmünzen 0 Vögel Bananenvögel sind es glaube ich ja ein Decay 6 Minuten Spielzeit Jo 4% geschafft ja halt immer noch den Bananen füll den aus schau sie sind so süß scheiß Bananenvögel hab ich doch keinen gesehen ne ich auch nicht so ich kann hier jetzt schwimmen wo gehen wir jetzt da oben ist das nächste K da oben ist das K oder können wir da mal was machen ne doch Bananenvögel mach mal ja vielleicht ein Bonus Level oder so da ist ne Bananenvogel hallo Dixi ich bin Barnacle und habe was früher war ich ein bekannter Riff Taucher doch ich habe mich zurückgesetzt und hauptlos jetzt was wieso drückst du heute ich hab gar nichts gedrückt ich auch nicht egal vielleicht müssen wir bei denen die Bananenvögel hinbringen so die Zeitenpleiten die wollten wohl gern reimen ja ich komm da nicht hoch ich hätte das gerne ah das ist wieder so ein dicker Typ ich schau scheiß ob ich dich irgendwo finde und dann können wir wieder zurück das dicker holen ja Bananenvögel da bist du so schnell wieder zurück so schnell wieder zurück lass dich mal schmeißen ok hast du das gesehen ja das klappt ja das klappt da ich will ja nicht so ungefähr sein hehehe wär's so oh ein Affe ist wasserscheu ne natürlich nicht neue Fischarten ja halt da ist ne Banane nehmen wir natürlich alles mit was das das ist ja cool das sind anscheinend die von früher ja wir haben es neu designt finde ich aber cool da kann man runterschwimmen Schwertfisch den kennen wir wie hat er geheißen Spunking oder sowas ne irgendein italienischer Name oder zumindest hat es sich italienisch angehört ne ich kann aber die Bananenvögel nicht holen Bonuslevel sammle 30 Sterne immer weniger immer schön die Viecher killen easy jo würd ich auch sagen übrigens kann man ja den Schwierigkeitsgrad immer noch nicht bei Dankehung einstellen ne das haben wir uns auch nicht machen können stimmt egal ich hol mir jetzt hier noch ein paar Bananen weicher Platz da könnte ich dich wiederholen hol mich oder ich dich hol mich ja voll die Aufforderung hol mich ich kann schneller schwimmen mit meinen dicken Tranken so kannst du das natürlich ja so richtig angenehm wie sie das könnte ein Bananenvögel sein oder? ne einfach nur ein ein Kongvogel nennen wir ihn so ok ein Kongvogel ja wie es euch drauf geht keine Ahnung wie du da hoch zocken komm sonst das ist aber ein Bonuslevel soll zu sein ja ich kann mich aber auch nicht nehmen hm wow fahrst du in die Fische rein? der Rote der schwingt rum die grünen bleiben die grünen bleiben und ein Leben 13 ich hoffe die Leben werden diesmal gespeichert beim 2 und beim 1er wurden sie ja jedes mal zurück gesetzt ja das war scheiße da ist nichts können wir das für irgendwas brauchen? ne einfach wegwerfen rein ins Wasser in den See sind die an einem See da hättest du durchbrechen können echt? ja ich habe es jetzt gerade gesehen egal ähm wo sind wir jetzt? Skidas Skandal wer ist Skida? Schneelevel mal schauen ob die auch so scheiße sind wie bei den anderen im 2er gab es glaube ich gar keinen Schnee der wird nur beim 1er ja die haben wir ja gehasst der hat auch ein paar Probleme ja das sind jetzt lila Krokus schon kannst du mich da einbrechen? ja egal da war ein Ding einbrechen? weiß ich nicht ne schaut nicht so aus so und jetzt hat wo geht's jetzt weiter? ähm oh da will ich lieber nicht runter ne es schaut noch ab und aus ab und aus ja also ich muss sagen es schaut schon recht anders aus als beim 1er ja ist auch neu oder 2er meine ich ja schon aber komplett anders finde ich ich siege alle Gegner ja war jetzt einfach jo so dann wo geht's weiter? beim O also bis jetzt sind die Level ja einfacher aber das sind nur die ersten und das sind ja verdammt gekommen gewohnt ja das ist immer noch das erste oberlevel Speicherplatz da gibt's vielleicht wieder naja da komm ich gar nicht hin immer auf den Asch noch eine Banane jo muh da ist eine Schlucht ja bei dem warten wir noch schnell was soll die töten vielleicht haben die da oben was ein Bonus Level ein Bonus Level ich glaube echt die haben mehr Bonus Level eingebaut das glaube ich langsam auch müssen wir eigentlich alle gegner besiegen keine Ahnung war das jetzt finde ich das finde ich die Münze weiß ich nicht doch finde die Münze Bananen Staude cool ja ein Leben so und jetzt äh ah boah das ist geh wir machen heute auch eine Aufnahmemarathon also für mich zumindest für dich ja also ich bin sowas schon gewohnt ich mach das auch mit meinen normalen Let's Plays am Stück aufnehmen meistens aber wir haben jetzt heute schon Legend aufgenommen dann jetzt Danke Come Country 3 später noch League of Legends und anschließend dann ähm Dead Island Dead Island Mordermühle äh Mordermühle jo